Ein ganz herzliches Hallo nach Dossenheim. Sieht ein bisschen anders aus als sonst, weil ich auf dem Bildungshofer liege. Es ist draußen nämlich tierisch warm, hier drin sind es 32 Grad. Und es ist so einfach angenehm. Ich probiere es mal. Und zwar möchte ich heute einen Tipp loswerden zum Thema Schreiben. Denn in der Schule wird geschrieben, da werden Texte geschrieben, in der Uni wird normalerweise noch viel mehr geschrieben. Und wichtig ist es dabei, dass man sich verständlich ausdrückt. Und das ganze Spannende ist für den Leser. Und jemand, der ganz gut schreiben kann, denke ich zumindest, das ist Stephen King. Und er hat dieses Buch hier geschrieben, On Writing. Und er gibt einfach ein paar Hinweise, Tipps, wie man verständliche Texte schreibt und die so schreibt, dass sie auch jemand lesen möchte. Im Prinzip macht er einen großen Werkzeugkasten auf, zeigt mal, was er da so drin hat und sagt, wie man sich seinen eigenen Werkzeugkasten zusammenstellen kann. Das ist mein ganz kurzer Tipp heute und zurück nach Dossenheim.